Eyo, was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Glazed. In der letzten Folge haben wir die normale, äh, nee, Fairy-Type-Arena gemacht, war's. Wir sind dann wieder durch diesen Wald gegangen und jetzt sind wir hier, ähm, in der Stadt mit der Käfer-Arena. Und ich würde sagen, du, wir probieren einfach unser Glück und gehen mal rein. Ernest, du hast einen Look, wie ist der, Hanti? Hey, do you remember me? Dreamleader. I was, äh, in der Chat mit Baxi, after putting out the... There's a new Dojo. Can we have a battle? I hope this thing comes soon. Charizard fly. Ah! Der Kollege. Oh. Ah, okay, ich muss die alle fighten. Ich hab gar keinen Bock eigentlich drauf. Weg. 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 So. Hier unten wird's, äh, nix geben. Jawoll. Wenn Fly hier nicht getroffen hätte, dann wär's wahrscheinlich eklig geworden. Okay, hier, sie unten muss ich nicht machen. Ah, doch, ich kann hier nicht durch. Mann. Wir haben extrem geilen Speed. Ritz, okay, attack it. Okay. Ja, so gehen wir jetzt auch rein. Ich hab keinen Bock jetzt nochmal wegen den Pipi zu healen. Jetzt gucken wir nochmal. Item Give. Sharp Break. Item Give. Let's go. Also laut der Vicky soll er mit, ähm, Amaldo anfangen, aber... Ich weiß es nicht wirklich. Oder so. Er hat auf jeden Fall auch Dings hier. Irgendwie Explode oder so. Er ist Stahlkäfer und meine Bohne-Attacke macht nichts. Oh, ich schau jetzt nochmal, was ist, was ist er genau. Käferstahl, ja. Käferstahl. Und es macht nichts. Carole Ace macht gar nichts. Explosion. Ach, mein Gott, echt. Ja, jetzt weiß ich aber auch nicht, was er reinwirft. Bin sie ja. Okay, jetzt muss ich kurz ausrechnen. Ob das schon reichen würde. Beim Level 65. Ich hab nur 63er. Nee, es reicht noch nicht. Es reicht nicht, Mann. Ich muss probieren. Ja, es war klar. Ich hab einfach nicht richtige Level Cap, aber die Vicky sagt mir ja auch nichts. Nichts Gescheites. Ja, jetzt kommt Amaldo. Danke für gar nichts. Ich muss probieren mit Spore. Earthrake macht ja gar nichts. Und alle haben Leftover. Ja, das war's für den Run. 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 Du kannst nichts machen. Und er kriegt auch noch einen kompletten Ding. Er hat's was. Ach, Mann, ey. Einfach nicht die richtigen, äh, die richtige Vicky oben. Ähm, das fuck so ab, du kannst mit nichts rechnen. Ich rechne natürlich nicht mit Stahlkäfer am Anfang. Sonst hätte ich natürlich direkt einen Feuer-Pokémon reingemacht, der ihn one-shottet. Nee, ich rechne natürlich mit Käfer-Rock. Da kann ich auch nichts machen. Dann kriegt Pinsir, äh, Double, ähm, Sword-Dance raus. Das war's. Ach, schade. Der Run war eigentlich an sich gar nicht schlecht so. Wir hatten echt viele Sachen so. Viele Sachen, die für uns liefen. Viele Sachen, die nicht für uns liefen. By the way, das, äh, Garados habe ich mir auf einer anderen Route-Video geholt. Also ich habe jetzt nicht das Gleiche benutzt. Das andere liegt hier. Ja. Es waren einfach viele Sachen dabei, die, die dumm waren. Äh, zum Beispiel, wo wir Lucario vor der, ähm, Pokémon-Liga verloren haben. Wie wir Aggron verloren haben. Auch wie wir, zum Beispiel, Golem verloren haben. Salamence verloren. Die ganzen, wirklich unnötigen Sachen. Auch hier Sachen wie, irgendwie, Abgangspunkt. Oder jetzt, äh, Äh, hier, hier, ihn haben wir auch durch Explosion verloren. Hier. Gar kein Sinn. Ganz, ganz verschickte Sachen. Ganz, ganz verrückt. Da kannst du auch nichts machen. Das war's für dieses Projekt, auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. iert liedciem... Och jetzt! Ja, natürlich. hier, dieSuanya motionando, die müssen alle auch einyskerną, die Befugian, die wir hart ungefähr sein müssen. Auf jeden Fall. Und dann ist es, wir sehen uns beim nächsten Mal, Bis mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.